Musik Viel Sonne, trockenes Klima, nicht zu viel Regen, dann sind das die besten Grundvoraussetzungen, einen guten Apfel zu produzieren. Der Pflücker sollte den Apfel möglichst sanft mit einer leichten Drehung vom Baum entfernen und dann mit der Hand direkt in die Kiste oder in den Pflückerkorb befördern. Musik Auf meinem Betrieb stehen zehn Apfelsorten. Die bekanntesten sind Gala, Pinova, Bröbhörn, Kranzi, Ambrosia. Also wir sind jetzt beim zweiten Pflückgang der Sorte Pinova. Pinova ist eine zweifarbige Sorte, süss-säuerlich. Musik Zur Erntezeit und zur Zupfzeit habe ich vier Leute aus der Slowakei hier. Die sind schon über zehn Jahre bei mir und es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Musik 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 Ich bin Patrick Kamper und ich bin Teil des Projektes Biographie. Musik 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 Vielen Dank.